Jetzt spiele ich für sie zwei Stücke von Peter Eljetsch Tchaikovsky. Am Anfang spiele ich für sie Tanz der kleinen Schwene. Und dann spiele ich für sie Schwansee. Beides aus dem Ballett Schwansee. Beides aus dem Ballett Schwansee Beides aus dem Ballett Schwansee. Beides aus dem Ballett Schwansee. von einem berühmten Komponisten, einem russischen Komponisten, Peter Engelschenkowski. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020